ARD Text im Auftrag von Funk 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 Wir haben kein PC, du Opfer Ja, ich bin ja alle Paisy Mit hinter den Huren Fickfehler Komplett aus dem Leben beleidigt Unwertes Stück Müll Du elendiges Schlammblut Das wollte ich gerade auch sagen Du wertloses Schlammblut Oh Digger Oh, da hat er aufgegeben ARD Text im Auftrag von Funk Digger, heulst du? Ja So, jetzt lass mal hier Watchtogether-Rumor aufmachen Okay Liebe Bibis Lache Uah 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 Ich hab übrigens vergessen die Toilette zu zeigen Um Geil Warte Wenn er zuerst war Achso, ja Komm Lester Warte, 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 wartegrav Der muss auch nah rankommen damit er sich abdeckt wenn er die Tür aufmacht Oh fuck. Oh fuck. Okay, let's go. Oh fuck. I don't know. I don't know. What the… I don't know. Noo! 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 Noo 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 Ja Warte, jetzt wird richtig langsam Junge, Alter, so kleiner Ponto, Junge, der hat ganz schön Kraft, ey Der fickt ganz schön mit da Alter, wie er die Waffe grad gehalten hat Ha, das Halt nochmal Ah Ja War doch einmal so scheiße, Junge Guck jetzt, du den Ich guck, ich bin ja die Waffe Digga, du hast den Vloggang, dein Faden so behindert ist, guck jetzt, guck's dir mal an Hahahaha 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 Alter, hast du das Motorrad gerade gesehen? Nein. Für ne Kacke auf uns. Das ist das, der mir oben einfach mal übel so einen Darm entleert. Er steht so gespreizt ein Bein auf der Brücke. Und kackt durch die Brücke, ja. Er hängt da oben einfach an so einem Seil. Er hält sich vor der Mauer fest. Was ist das hier ein Gespräch? Das ist ja total dumm. Oh, oh, Steine. Nein! Wir haben ja noch ein Leben. Oh, tschüss. Oh Herr, no! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist ein zweites Mal! Hi, hier ist euer Horoscone. Ich komme jetzt mal nach dem ganzen Ding hier rein. Merkbar, ich habe ein neues Mikrofon. Klingt sexy. Ähm, ja dabei war mal wieder der gute Marcel aka YouTube Genki Dama. Der Kanal ist natürlich verlinkt. Und ich würde mich gerne noch kurz bei der guten Fini Artwork bedanken für mein neues Kanaldesign. Sie ist eine sehr talentierte Zeichnerin. Checkt sie auf jeden Fall aus. Sie hat auch von ein paar Kumpels von mir die Kanaldesigns gemacht. Beziehungsweise die Profilbilder. Die werden ja mal kurz eingeblendet. Ich hoffe, dass ihr hier mal reinschaut. Sie ist auf Twitter aktiv. YouTube und ich glaube auch auf Instagram. Da bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Aber nevermind. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Tschüss. Du konntest halt einfach gar nichts dafür. Ich habe euch die halbe Zeit nicht mal zugehört so. Du warst einfach nur ein süßer dicker Felix, der nur seine Nudeln essen wollte. Ich war so ein süßer kleiner Schwabbel, der einfach seine Nudeln enjoyed hat. Der einfach seine kalorienreiche Mahlzeit essen wollte. Ja. Ja.